was geht leute willkommen zu einer neuen runde fortnite ich hoffe du bist wieder mit dabei leute wir haben auf jeden fall wie sie es könnt selbst schon lesen probleme bei der spielersuche wir haben auf jeden fall mitten im spiel ein problem bekommen zwar haben wir dann noch eine runde gemacht aber da haben wir es auch komplett gelassen das muss erstmal stabilisieren und alles auf jeden fall schaut euch die folge an und natürlich viel spaß mit dem video willkommen zu fortnite xxxxxxl update die magnum pistole mammutpistole es ist die neue waffe die sieht aber anders aus die von futurama keine ahnung ist auch neue vielleicht mehrere neue waffen gekommen egal dann nimm du mal das hier nimm mal halt noch die hier mit und fertig 89 schaden 91 schaden das heißt warte ja mal machen wir das mal die runde havok und dinger diese mammutpistole da da machen wir das jetzt mal hier sind zwei leute ich habe den ein aber übel böse geschoben da nie der ist abgehauen ja der was hinter dir hinter dir oh mein gott jungs was macht die jay kommt mal bist ihr klar hier 90 schaden und so pro schuss total bei bei ein schuss mit der neuen pizze der warte kein ernst ja auch da unten da unten guck mal 91 91 168er headshot ist ein gegner hä über mir da nehmt direkt vorne nein hier hier ist noch einer warte ich sehe den wo hier bei dinger ey die neue piste ey krank leute auf jeden fall ist hier die band das glätzende metal ray gun soll ich die testen ja komm 600 gold tschüss wie teuer ich muss ich muss das den leuten zeigen zeig mal wie die ist ach so das ist die waffe wie viel schaden macht die 13 hast du gesehen was da einer in kommentare geschrieben hat was weil letzte video da schreibt jungs wenn ihr campen würdet ich glaube ihr kriegt easy epischer sieht ach so ja man stimmt ich weiß nicht aber irgendwie fühle ich den epischen weißt du das ja ich auch ohne spaß ich weiß nicht warum ich fühle den epischen ich weiß nicht warum ich fühle den epischen ich wollte nur nichts sagen damit wir keinen kammer bekommen ich fühle den grad zu extrem aber die kommen hier ja dann der ist der ist der ist der ist der ist der ist was ist passiert was passiert nein 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 ich höre dich ich glaube ich sage nicht wir werden jetzt alle gekickt von der lobby also leute ich wollte jetzt einfach so aufhören und abbrechen das wird jetzt die letzte runde erstmal weil die lobbies müssen sich erstmal stabilisieren so können wir es komplett vergessen alter was ich mit dem grad gemacht habe ich denke ich lass dich so schnell zu kommen und denkst du wirklich meinte das ernst wo ist er ich wusste es dass der hier ist der hat ein hit mit der pistole 91 hit jawohl hey die taktische ich habe gesagt die haben die rausgenommen acht und neun acht wo ist er hinter uns noch einer ja hier bei mir hinter mir bei mir ist auch einer ich komme zu dir ja das war's jetzt rift direkt daneben schon aus dem gegner sind bots ich sehe es nicht abhi oh mein gott neun schaden mutter abhi nao alter ey dieser pistole mutter danni komm ey die ist neu in grün wir müssen die zonen auf geht botze ey oh mein gott ist da jemand ja mein baum ich bin runter gebreitet hat da die kommen runter nein der ist vorne ich hab gesagt aber der mate ist weiter hinten